Hallo meine Einhörner und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Stronghold Video für zwischendurch. Heute mal ein Deathmatch Spiel. Ich habe zufällig ausgewählt, ist ein Emir. Und ich würde sagen, wir gehen einfach sofort rein. Ere. Ist schon wieder eine Zeit lang her, dass ich Stronghold gespielt habe. Das letzte Mal bei der Verrückten 13. Das Ding hier mit den Steinen ist ja absolut beschissen. Perfekt. Zack. Ach ja, hier haben wir ja einiges an Holz gleich. Zack, 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 zack. Okay. Steine. Bob, bob, bob. So. Dann sofort hier Desteler. Zack. Hier wieder sofort ein Turm hin. Bob. Ditte. Ditte. Ihr könnt auf uns zählen. Hoch, 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 hoch. Rücken aus. Jungs, hallo. Ähm. Gut, wir brauchen schon wieder ein bisschen zu lang. Zack. Ähm. Zack. Und. Bbbb. Bim. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Bam. Wir benötigen Holz. Scheiße. Holz. Wir werden überfallen. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen anderes Kaliber. Das ist jetzt schon ein bisschen anderes Kaliber, wenn die... Ach, scheiße, ich hab da schon eins gehabt von denen. Nee. Mist. Eure Beliebtheit sinkt. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen schneller sein. Mit 10.000 Gold. Oh, fuck. Vielleicht sogar um einiges schneller. Bro. Wabwabwab. Ähm, hoch, 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 please. Hoch, 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 oh, oh. Oh, oh. Oh, wei. Oh, 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 oh. Oh, jesu. Oh, oh, oh. 1, 2. Los, 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 los. Schnell da. Jungs. Please. Okay, zack. Ja, hier müssen wir ein bisschen... Okay, da können wir nicht. Scheiße. Äh. Okay. Stress. Stress, stress, stress. Stress, stress, stress. Stress, stress. Okay, ähm, wir brauchen Nahrung. Zack, 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 zack. Okay, reicht. Ähm, wir brauchen Käse rein für Lederhornisch. Ähm, das sollte man für das nicht machen. Vielleicht hier hinbauen, dass wir ein bisschen sinnvoller, glaube ich. 1, 2, 3. 1, 2. Gut, da brauchen wir Pfeilmacher. Wir brauchen Holz. Was ist das? Da machen wir Holz. Zack. Ähm, jungs. Ladet nach. Wäre cool. Danke. Gut. Passt. Ähm, ich glaube, wir sind schon einigermaßen safe. Ihr könnt das nicht dort. Kann mich aber auch täuschen. Bogen. 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 Brauermbrust. Wir haben schon wieder keine Leute mehr. Zack. Babb. Bapp. Babb. Babb. Dann brauchen wir nochmal ein paar Holzfäller. Wir haben schon wieder kein Holzfäller. Da 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 da. Zack, zack, zack. Okay, ähm, hier noch ein paar Holzfäller. ok da machen wir noch mal steine wiederholz das nicht dort platzieren da können wir keine sterne was soll das findest du das in ordnung los will der tag auf jeden fall ja noch nicht viel jetzt mal sagen ich will zum bekaufen ja von normal jetzt diese erwischen zack gut läuft was haben wir denn hier eigentlich was haben wir da recht und verkaufen was haben wir hier noch wir könnten noch einmal hier hier wie wir bbw dann könnte man es auch mal anfangen hier ein bisschen eisen abzubauen damit wir nämlich die hier machen können ok wir haben schon wieder keine leute mehr gut wie schaut es mit essen aus eigentlich ganz gut würde ich sagen kann man hier noch eine weizenform ja vielleicht da geht nix was ist die zeit die darunter warum steuern sind vielleicht ein bisschen hoch ist man da wird relativ egal gut zack zack da 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 ok gut wir haben das bier bringt gerade mal plus zwei naja ist aber in ordnung gut ich hätte tatsächlich trotzdem aber gern noch eine obst plant jawohl und das wasser mit ihm auch das wasser da auch schon wieder ein cookie das ist hier wieder ein cookie die bogies kriegen schon mal die nummer eins und gehen hier schon mal runter ich hätte ja noch ein paar mehr streitkolben produktionen streitkolben danke dann würde ich auch sagen brauchen wir noch mal ein paar erzleute zack zack und du fängst mal an da draußen nur ein bisschen zu eskalieren bitte danke so das verkaufen wir alles easy zack zack gut das ist auch easy weil wir jetzt plus zwei haben weil wir Käse, Brot und Obst haben nice ihr geht mal hierher macht auch mal ein bisschen Lärm das ist dumm aber hier sind auch keine mehr wo was wir machen könnten ok wer schießt hier die ganze neue leute platz die penner da drüben ok will der tag sehr wilder tag weg weg würde ich sagen ihr geht doch hier mal hier auch jetzt meine herr und immer hier rüber hier geht hier hoch und dann würde ich sagen machen wir uns eine alte taktik wieder und hier so wiedersehen was gibt's eure befehle sind auf dem weg ja 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 ich habe der turm aus ja ok ok geht kaputt geht kaputt geht kaputt so freunde ich würde sagen hier hier da drauf oder easy in Bewegung ja davon wie hier greift meine Burg an hier greift mich an hier greift mich an hier greift mich an hier greift mich an aber was soll ist ne reiß die Mauern ein sooo meine Lieben reißen wir hier ein bisschen was kaputt zack die Mönche gehen vollhem easy Leute danke fürs zuschauen das war's morgen kommt glaube ich ein Halloween Special vielleicht mag ich eins vielleicht auch nicht ähm und nächstes Wochenende kommt ein neues Let's Taste bis dahin haut rein macht's gut ciao ciao